Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Wemmer dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrön-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich will euch kurz erinnern. Letzte Woche startete die Tour mit Emily Sleep & Travel in Südafrika. Wir waren in Stellenbosch, wir waren im Löwenpark, wir haben Krokodile gesehen und Affen. Und heute geht es nun weiter auf unserer Tour. Wir wollen heute ein paar kleinere Weinfarmen besuchen und nach Franschuk, wo wir übernachten werden, dann nehmen wir den Franschuk-Pass und am Ende des Tages werden wir vielleicht noch andere Tiere sehen. Wir sind jetzt hier in Fairview und das ist eine Wein- und Käsefarm. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist der Ziegen-Turm. Da gehen die Ziegen hoch und runter. Die sitzen bei Brücke. Seht ihr das Gehirn? So, auf dieser Farm verkosten wir jetzt auch gleich Käse. Das war's für heute. Wir sitzen jetzt hier und haben uns eine Käseplatte zum Teilen bestellt. Man kann sich hierbei sieben verschiedene Käsesorten auswählen und die Platte selbst zusammenstellen. Und so sieht's dann aus. Dazu gibt's Brot und ein bisschen Gesundes. Hier kann man auch Weinproben machen. Hier sind immer so große Weinfässer und die Leute testen den Wein. Hier sind die Weinkeller. Aus hygienischen Gründen sind die Fässer jetzt aus Metall. Einer von diesen Tanks. Fast 50.000 Liter Wein. Die rechnen hier, die großen. Olivenbäume. Den Pinotage hier gibt es ausschließlich in Südafrika. Hier kann man jetzt alles kaufen, was auf der Farm hergestellt wird. Gelies, Käse, Wurst und verschiedene andere Produkte. Die Produkte sind hier billiger, als man sie im Supermarkt kaufen kann. Der Käse zum Beispiel kostet hier 28 Rand. Und im Supermarkt kostet er 49. Und da kannst du dann auch drin baden, wie Cleopatra in der Eselsmelch. Und hier gibt's die verschiedenen Produkte aus den Fässern. Das ist sehr populär. Wer was auf sich hält, hat eben diese ganzen traditionellen Dinge. Jetzt kommt sie hier raus. Aber sie guckt nur ein bisschen. Normalerweise soll sie einmal um den Turm laufen. Schließlich muss sie ihr Mittagessen ablaufen. Hallo. Wir sind jetzt auf einem anderen Weingut. Es heißt Lamotte. Und schaut euch mal die Mega-Landschaft hier an. Die Berge werden immer größer. Lamotte ist bekannt für seine Rosenzüchtungen. Das ist eine ganz spezielle Rose. 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 Aber das ist alles gut. Und da geht's. Das ist ein ganz spezielles. Die Weinfässer, dass man das heute nicht mehr macht, zumindest nicht die alten Weinfässer. Die werden nur eine Zeit lang benutzt, sodass sie dann auch immer wieder gerne mit Hygieneregeln entsprechen. Die alte Weinfässer. Wir sind im Franschhoek. Franschhoek hat ja den französischen Beil. Wir sind an unserer heutigen Unterkunft angekommen und ich zeig euch jetzt mal den Ausblick. Ich bin übrigens immer noch mit Amberly Sleep & Travel unterwegs und wer da auch mal Bock drauf hat, der kann mir gerne schreiben. Schaut mal, wer da hinterm Baum vorguckt. Hey, mach mal den Schwanz groß! So, wir sind hier bei Micky Finn. So, hier ist die Küche. Wo seid ihr? Hier stehen schon unsere Sachen. Wir wollen gleich grillen. Später mal. Als erstes erstmal die Terrasse. Und den da ist jetzt Blick und mach die Affensicherung raus. Achts. Ja, die Affensicherung. Oh, wow. Hier gucken wir heute Sonnenuntergang. Da steht schon der Grill bereit für später. So, dann haben wir hier einen Ofen. Ein Doppelbettzimmer mit Bad, sogar mit Badewanne. Und dann haben wir hier das Kinderzimmer. Ein Doppelbettzimmer mit Bad, sogar mit Badewanne. Und du schon. Schön. Einen wunderschönen guten Morgen aus French Hook. Und ich zeige euch erstmal die Aufsicht. Mega, oder? Heute soll es durch die Berge zurück zur Küste gehen. Und wir wollen uns auch Pinguine anschauen. Mal sehen, welche Tiere wir noch beobachten können. Wow, was habe ich jetzt für ein Schreck bekommen? Der ist direkt zu meinen Füßen entlang gerannt. Das sieht man hier, oder? Der ist gerade so ganz kurz an uns vorbei gekommen. So, wir sind losgefahren in French Hook. Und wir wollen den French Hook Pass fahren. Die Berge sind so hoch, dass es hier im Winter auch Schnee gibt. Und schaut euch mal die Aussicht an. Ihr könnt die Motorradfahrer hören, die diesen Pass hier runter fahren. Musik 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 Wir gehen jetzt zur ältesten Brücke aus Südafrika. Mal sehen, ob wir sie entdecken können. Ich stehe jetzt hier auf der ältesten Brücke von Südafrika und ich traue mich nicht so dicht dran, sie gibt wohl nach und ihr seht, dort ist schon einiges abgestürzt. Hier unten ist ein kleiner Bachlauf und schaut mal diesen Ausblick an. Mega cool, oder? Hättet ihr das in Südafrika erwartet? Unsere erste Station, nachdem wir durch mega große Farmen und Farmland gefahren sind, ist die Elgin Railway Station. Ich denke, wir gehen hier Mittagessen. Entweder aus den Townships, oder das sind jetzt natürlich hier junge Hunde, die wahrscheinlich haben sie irgendeine prächtige Mutter gefunden. Und dann werden die hier versorgt und werden versucht zu vermitteln. Hier, der knabbert an Rufel. So, this little one we found in the shopping center parking lot, looking after herself. Now, we've had her for two weeks. We're estimating her to be about three months old. But, she has been there for some time, fainting for herself, feeding herself, looking after herself. So, she's got a strong personality, but she's not... But a lovely one, or is she... No, she's... Do you think she likes to be with other dogs? Recycling art. Das waren mal Gasflaschen. Protea. Ja, das ist eine Königsprotea hier neben. Aus Perlen. Wow. Das ist ein alter Bahnhof, die alte Railway Station. Und das wurde ausgebaut, hier kann man einkaufen, hier kann man essen. So, wie so ein kleiner Markt. Cool, oder? Sonntagnachmittagvergnügen für Kapstetter. Die ausfahrbare Terrasse. Die ausfahrbare Terrasse. Die ausfahrbare Terrasse. Die ausfahrbare Terrasse. So, jetzt machen wir das gleiche Samo. Hier ist normalerweise dann auch relativ viel los. Und dann kommt hier die Steam-Eisenbahn. So eine ganz, ganz alte Eisenbahn. Schaut mal, dort sind die ganzen Apfelkästen von den Farmen. Das sind halt die südafrikanischen Äpfel, die man hier zu kaufen bekommt. Das sind echte Cotea. Zwei Stück, 100 Rand? Ja. Fünf Euro. Wir kriegen jetzt hier eine Kostprobe. So, hier gibt es jetzt die Früchte aus den umliegenden Farmen. Hauptsächlich sind es grüne Äpfel. So, jetzt gibt es erstmal noch einen Smoothie und in sieben bis zehn Minuten ist das Essen fertig. Zum Mittag gibt es hier ganz leckere Süßkartoffel-Commes, Smoothie und Latamacchiato. Wir sind jetzt hier immer noch auf dem Weg zu den Pinguinen und hier seht ihr die ganzen Farmen. Und das Besondere daran ist, dass die Blumen, die werden hier nicht aus dekorativen Gründen gepflanzt, sondern die Schädlinge befallen erst die Blumen. Und bevor die Schädlinge die Pflanzen befallen, können die Farmer schon reagieren. Eine alte Feuerwehr wurde als Bücherladen oder Bibliothek umfunktioniert. Auch eine Möglichkeit. So, und jetzt gibt es hier einen leckeren Kaffee. Da steht Fritzi und filmt mich und ich filme jetzt sie zurück. Wir sind hier in Pellegrin, in einer Gärtnerei sozusagen. Und hier gibt es so schöne Pflanzen. Wir haben uns gerade schon unterhalten. Ich würde auch mal eine kleine mitnehmen, aber jetzt ist es November in Deutschland. Es ist nass, es ist grau, dunkel. Die würden einfach jämmerlich eingehen, die schönen Pflanzen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Wir sind hier am Meer. Und ich zeig euch mal was. Besist ihr? Wir machen jetzt mal ein bisschen was. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieder ein kleiner Zwischenstopp und schaut euch mal den Berg hinter mir an. Der sieht aus, als wenn er umfallen würde. Die Wilder Dacher und Dacher ist quasi rasch. Das heißt, die Plume, die blühen immer so übereinander, ganz cool. Und das sieht super schön aus. Und das wird dann halt auch geraucht. Wilder Dacher. Getrocknet vorher? Ja, da sind so kleine Perlchen drin und so. Ich weiß gar nicht, ob es riecht, aber... Es riecht. Aber ich finde, die sehen unheimlich hübsch aus. Ja. Okay. Wir rupfen uns nachher ein paar ab und pflanzen die, oder? Schaut mal. Die laufen hier lang und die Fußgänger, die sollen sich vorkehren. 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 So, schaut mal. Hier ist so ein richtiger lokaler Strand, der touristisch noch gar nicht erschlossen ist. Wie schön das hier ist, ohne Touristen. Haha, ich bin selber Tourist. Mega, oder? Wir sind jetzt in Royales. Und schau mal, das Wetter ist hier wieder ganz anders. Anders als bei den Pinguinen. Da hinten ist Holtz Bay und Strand. Man sieht so ein bisschen das Hochhaus. Hier ist eine Rettungsboje angebracht. Wenn jetzt hier am Strand jemand um Hilfe ruft, dann kann hier irgendjemand herrennen, die Boje abreißen und dem zuwerfen. Wir fahren jetzt die zweitschönste Küstenstraße der Welt entlang. Das ist der Clarence Drive. Und zwar fahren wir von Bettys Bay bis Gordons Bay. Der Clarence Drive ist 48 Kilometer lang, führt entlang der Kap-Wahl-Küste. Auch durch das winzige Küstendorf Royales, wo wir eine kleine Pause gemacht haben. Der Clarence Drive wurde nach Jack Clarence benannt, der dafür verantwortlich war, dass der Fußweg zwischen Gordons Bay und Royales durch eine richtige Straße ersetzt wurde. Der Clarence Drive bietet jedes Jahr von Juni bis Dezember großartige Wahlbeobachtungsmöglichkeiten entlang der gesamten Strecke. Kap-Wahl Hier ist die Hai-Fahne. Hier seht ihr das Hai-Warn-System. Wenn die grüne Flagge weht, dann ist alles in Ordnung. Heute könnte vielleicht ein Hai in Sicht kommen. Heute weht nämlich die schwarze Flagge. Die rote Flagge ist noch ein bisschen da. Da wurden wohl schon welche entdeckt und die weiße ist ganz gefährlich. Da soll keiner ins Wasser gehen. Es wurden Haie gesichtet. Hier unten steht Dranne. Vor zwei Tagen also haben sie den letzten Hai gesehen. Der Clarence Drive ist nicht nur die zweitschönste Küstenstraße der Welt, sondern er zählt zu den landschaftlich schönsten Straßen hier im Westkap. Sie führt entlang an den Hottentotten Holland Mountains auf der einen Seite die Berge, auf der anderen Seite der Ozean und die Falls Bay. And for the first time in a long time, I'm all right. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. You can see, the tour is to the end. I'm back in the hostel. Tomorrow I'm back to school. I'm going to work for about 7 minutes. Und mit diesem Ausblick hier in Franschuk will ich das heutige Video beenden. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, einfach Kanal abonnieren. Bye. Bye. Way back a year ago.